Yo Leute und willkommen zu einem neuen Trading-Tipp hier auf meinem Kanal. Heute gibt es einen kleinen, aber richtig guten Trading-Tipp meiner Meinung nach. Und Leute, wenn euch das gefällt, dann lasst eine Bewertung da. Mal gucken, ob wir wieder an die 150 drankommen wie beim letzten Trading-Tipp, denn da habt ihr sie gepackt und ich bin ziemlich optimistisch, dass ihr die auch heute packt. Deswegen, wenn es euch gefällt, zeigt mir das und lasst eine Bewertung da. Und hier seht ihr auch, worum sich das Trading heute so ein bisschen drehen wird, beziehungsweise hier kann man es auch gerade sehen. Nämlich um die Team of the Knockout Stage Spieler. Denn da muss man sagen, gibt es ein paar Besonderheiten, mit denen kann man relativ gut traden. Und dementsprechend würde ich sagen, zeige ich euch das direkt mal. Und ich habe dafür zwei Beispiele vorbereitet. Die seht ihr hier, nämlich einmal Taliska und Mallow. Und ihr denkt euch jetzt, ja gut, der hat doch irgendwas von Team of the Knockout Stage Spielern gesagt. Hm, das sind aber keine. Und Leute, ich erkläre euch jetzt mal den Sinn dahinter. Das sind nämlich International Man of the Match Karten. Und man muss ja quasi sagen, die kriegt man auch quasi für die gleiche Leistung wie die Team of the Knockout Stage Karten. Also zwei Karten für die gleiche Leistung. Aber eine davon ist offensichtlicherweise besser. Also wir schauen uns jetzt erstmal an. Und ich würde sagen, wir schauen erstmal bei Mallow vorbei. Und der Sinn dahinter, warum wir auf die Karten gerade bieten, ist einfach der, dass die Karten jetzt nicht unbedingt groß gesunken sind. Denn die waren ja schon relativ billig an sich. Aber die kriegt man sehr, sehr, sehr einfach, muss man mal so sagen. Aber Leute, ich würde wirklich warten mit diesem Trading-Tipp. Also so ein, zwei, drei Tage vielleicht, denn jetzt werden ziemlich viele Leute das machen. Und dementsprechend kriegt ihr die Karten dann doch nicht so einfach. Und ich sehe gerade, ich glaube die Preise sind gedroppt. Ja, kann man so sagen. Denn da war so ungefähr 12k wert, als ich den Trading-Tipp gemacht habe. Denn ich habe einfach auf zwei Spieler geboten jeweils und bin dann aufgegangen. Und wie ihr seht, sind dann zwei Karten bei rausgekommen. Dementsprechend schaut ihr jetzt erstmal euch an, wenn ihr das selber machen wollt. Wie viel kostet denn der billigste? Wie ihr seht, in dem Fall liegt der bei 11.750. Und dann können wir auch Easymar hier drauf bieten. Auch wenn die Karten nicht so oft auf dem Markt sind. Denn wie ihr seht, die anderen Karten sind ein bisschen öfter auf dem Markt. Und stellen halt diese Karten ein bisschen in den Schatten. Und deswegen kann man mit denen gerade sehr, sehr gut traden. So, hauen wir einfach mal drauf. Aber wird dann halt im Video leider nicht auslaufend quasi. Das gleiche kann man dann nochmal bei Taliska machen. Mal gucken, ob der im Preis gedroppt ist oder nicht. Und ich schätze aber auch, dass diese Spieler so ein kleines bisschen steigen werden, wenn das ganze Zeug hier wieder vorbei ist. Denn dann liegt der Fokus nicht mal so auf die, generell die anderen Team-of-the-Knockout-Stage-Karten, muss man sagen. Die sind dann ja aus den Packs draußen. Und dementsprechend denke ich mal, die werden so locker, also Taliska nochmal auf 12k oder so steigen. Deentsprechend beachtet das auch dabei, wenn ihr die Karten anbietet. Und Taliska ist, muss ich sagen, nochmal eine besondere Karte. Denn die ist so richtig oft auf dem Markt. Wie ihr seht von der Team-of-the- Ne, das ist ja der International Man-of-the-Match. Den gibt es relativ oft im Verhältnis quasi zu seinen Team-of-the-Knockout-Stage-Karten. Die sieht man in dem Preisbereich irgendwie nicht so oft. Also das auch nochmal beachten, denn der kostet ein bisschen mehr anscheinend. Und, ah, da seht ihr eine Karte von der Team-of-the-Group-Stage-Variante. Knockout-Stage natürlich. Team-of-the-Knockout-Stage. Und das ist eigentlich quasi der Trading-Tipp und so funktioniert der. Ihr sucht euch einfach Karten aus, die halt sowohl den International Man-of-the-Match als auch eine Team-of-the-Knockout-Stage-Karte besitzen. Und damit könnt ihr dann ziemlich gut traden. So wie ich es gemacht habe. Einfach auf die International Man-of-the-Match-Karte bieten. Und die kriegt ihr eigentlich relativ billig immer. Und in ein, zwei Wochen könnt ihr die eigentlich relativ gut verkaufen. Beziehungsweise ihr bietet die einfach jetzt schon relativ teuer an. Das werde ich auch mit meinen Karten machen, die ich bekommen habe. Also die Tadiska werde ich auf jeden Fall nicht für 11k anbieten, wie die ja gerade geht, sondern eher mal für mal gute 12k. Besonders haben die auch irgendwie relativ oft Position-Changes und diese Cameracy-Styles drauf. Warum auch immer. Deswegen stellen wir auch die Dauer ein bisschen höher ein. Denn je länger der auf dem Transfermarkt ist, desto eher verkauft er sich. Na gut, dass wir genau bei Tadiska jetzt überboten sind. Aber gut, wenn ihr damit 10k versucht, den zu erbieten, ist das natürlich gut möglich, dass der überboten wird. Den Kollegen, schätze ich mal, kann man sogar fast für 12.750 anbieten. Das denke ich mal, ein guter Preis für den und erwartet halt nicht, dass er jetzt morgen oder übermorgen weggeht. Ich schätze mal, so in 1-2 Wochen wird der Preis von den relativ gut gestiegen sein. Und das war es dann auch schon von dem Training-Tipp. Ich hoffe, es gibt keine Fragen. Wenn es doch welche geben sollte, dann schreibt sie mir in die Kommentare und ich hoffe, es hat euch gefallen. Sorry nochmal, dass der Upload ein bisschen verschoben ist, denn heute hätte ja eigentlich was anderes kommen sollen. Ich weiß zwar noch nicht ganz genau, wann dieser Trading-Tipp kommt, aber er wird auf jeden Fall vor Donnerstag oder Freitag kommen. Naja gut, ich würde sagen, das war es für heute. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.